Wann wird das UUP wirklich vollständig implementiert sein? Das ist eine sehr gute Frage, die wir auf jeden Fall klären werden in diesem Video. Außerdem steht der nächste Super Limited Edition Comic Job vor der Tür und wir schauen uns auf jeden Fall an, was sich für euch da draußen definitiv ändert an den jetzigen Jobzeiten, die du auf jeden Fall wissen solltest. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein an dieser Stelle in das ganze Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Video-Jimmel und heute mit den wichtigsten Vivi-News am Start, die du auf jeden Fall wissen solltest. Und ich würde sagen, wir schnacken heute gar nicht lange rum und starten direkt rein in das erste Thema. Let's go! Mit der essentiellsten Sache fangen wir natürlich erstmal zum Anfang an. Und zwar geht es nämlich um die Zeitumstellung, denn in den USA war nämlich die Zeitumstellung. Dementsprechend sind jetzt alle Jobs wieder ganz regulär um 17 und 21 Uhr deutscher Zeit. Ja, und das ist natürlich auch eine sehr gute Grundlage jetzt für den kommenden Job, denn wir sehen euch das nächste Comic und zwar nämlich Black Panther, Hashtag 1 aus dem Jahre 2006. Das Ganze wird am 8. November, das heißt am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit, wie zu gewohnten Zeiten, drop. Und ich muss wirklich sagen, diese Cover gefallen wir an dieser Stelle extrem gut. Schreib mal sehr gerne unten mal in die Kommentare, wie du das Ganze findest. Und wir haben es hier an dieser Stelle natürlich mit einer super Limited Edition auf sich. Und was momentan auffällt, dass wir ziemlich viele super Limited Editions bekommen. Ob das jetzt der neue Standard wird oder ob das jetzt wirklich eine Ausnahme zu der jetzigen Zeit ist, das kann ich euch natürlich nicht sagen, aber es ist schon sehr interessant, wie viele super Limited Editions wir das momentan bekommen. Für jeden, der nicht weiß, was heißt super Limited Edition, das Ganze ist einfach nur auf 10.000 Editions, reduziert 6.000 Common, 2.250 Ankommen, 1.000 Rare, 500 Alt-Rare und nur 250 Secret Rares. Dortvon gehen natürlich aber auch nochmal Comics ab, die Vivi sich selber einbehält. Das heißt, es sind sogar noch weniger als 10.000 Stück. Ansonsten, das Comic selbst, ja, ist nicht wirklich populär, beziehungsweise auch nicht wirklich gefragt auf dem Markt. Eine 9.6 geht über den Laden für gerade mal 85 Dollar. Also wir sprechen hier nicht gerade über das teuerste Comic, was hier auf den Markt kommt. Aber die Cover sind definitiv cool. Das heißt für jeden, der auf jeden Fall hier das eine oder andere Cover mitnehmen möchte, für den ist das auf jeden Fall ein Job, der interessant ist. Außerdem haben wir natürlich die nächste Marvel-Artwork-Ankündigung und zwar sehen wir hier Return of Wolverine, Hashtag 1 mit wirklich einem sehr coolen Cover auch wieder. Wird wahrscheinlich aber den wenigsten interessieren, da das Cover, da das Bild natürlich an dieser Stelle wie wieder 1.500 Dollar im Markt mindestens gekauft werden muss und wahrscheinlich so in etwa bei 5.000 landen wird. Wir schauen uns aber natürlich jetzt auch noch etwas weiteres an und zwar nämlich den nächsten Livestream, den es geben wird und zwar nämlich schon morgen am Dienstag um 20 Uhr deutscher Zeit und zwar wieder mit zwei Comic-Experten. Einmal mit dem guten Chris Vivireisen, der selber ein Vivi-YouTuber ist und dann noch mit dem guten Enrico. Und beide sind auf jeden Fall Comic-Experten. Das heißt, wenn du da auf jeden Fall da draußen Fragen hast an die beiden, dann kommen auf jeden Fall morgen sehr gerne vorbei und die beiden werden dir auf jeden Fall die Fragen beantworten. Und ansonsten bin ich auch gleich noch am Mittwoch live und zwar nämlich beim guten Viviversum und dort werden wir über UUP und vieles, vieles mehr natürlich quatschen. Das heißt, wenn du das Ganze auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, dann komm sehr gerne vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Hat dir da draußen das Video bis zu genau dieser Stelle hier gerade gefallen, dann gib dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like und unterstützt meine Arbeit und pusht das Video damit über den YouTube-Algorithmus an noch mehr Leute, die das Video sehen könnten. Jetzt geht aber auf jeden Fall weiter mit dem zweiten Teil des Videos. Und ich würde sagen, damit springen wir auch direkt zum nächsten Thema und zwar nämlich zu der Frage, ja wann wird denn hier eigentlich diese ganze Development Roadmap endlich abgeschlossen sein? Denn wir sehen ja momentan hier einfach nur rote Kreise, die entweder angefangen sind, ja oder tatsächlich schon fast vollendet sind, wie zum Beispiel der Whitelist Drop. Und ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und auf diese Frage habe ich jetzt tatsächlich sogar eine relativ gute Antwort und die schauen wir uns direkt auch mal an. Denn der gute Reese hat nämlich eben ein Telegram-EMA gemacht und ich werde euch jetzt einfach hier mal weiter die Ausschnitte zeigen. Und es hat nämlich hier einer gefragt, hey Reese, I hope you will great walk through on the UP. How long do you think it will take to implement all of the utility? I'm hoping by 2024. Und Reese hat ja eine sehr, sehr schöne Antwort gegeben und zwar, oh much sooner than that, I would expect all of these features to be live within 12 months. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das heißt, für jeden, der jetzt hier nicht das Englische verstanden hat, wir werden wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten tatsächlich alle Features implementiert bekommen haben. Und ja, das ist eine ganze Menge, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Omi2 Jam, Omi Spot Wallet, Omi2 Accessory, also eine Menge auf jeden Fall, was sie sich hier vorgenommen haben. Aber wenn das wirklich so eintreffen sollte, dann ist das wirklich extrem bullish, auf jeden Fall für den Omi-Token, denn das heißt, was wir auf jeden Fall vielleicht auch schon Anfang 2024 hier komplett OUP integriert haben und tatsächlich dann auch schon bald beim Viviverse mit dem Land Sale beginnen könnten, einhergehen würde das nämlich tatsächlich auch hier mit diesem Part bei den Golden Tickets. Denn die Golden Tickets werden dir nämlich dann auch ermöglichen, im Viviverse ganz exklusiv Land zu kaufen. Und das ist schon sehr, sehr spannend, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Grüße gehen raus, der Knight Rider, der das Ganze einmal geteilt hat. Und ich bin sehr überzeugt, dass wir tatsächlich dann auch 2024 die erste Phase von Land Sale sehen könnten. Wir sehen jetzt ja in Anaheim auf der Decon wirklich die erste Premiere des Viviverse. Ich bin auch sehr gespannt. Und das wird auf jeden Fall das sein, was, glaube ich, auch viele Leute interessieren wird. Es wird zwar noch etwas dauern und wir müssen ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen, aber ich glaube, jeder, der auf jeden Fall hier durchhält und die Nerven nicht verliert, der wird auf jeden Fall belohnt. Und ich bin auf jeden Fall extrem gespannt auf deine Meinung, was du von diesen Golden Tickets überhaupt hältst. Ist das zu rare oder ist das zu viel Utility? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn du natürlich immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was hier diese Updates angehen, um UUP, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, denn so bleibst du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, was diesen ganzen Progress angeht. Gehen wir außerdem noch mal ganz kurz auf den OMI Burn ein. Und hier geht es nämlich noch mal um das UUP. Und der gute WeViral hat ja einmal das sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, was denn hier alles jetzt Burn-Faktoren sind. Nämlich zum Beispiel einmal Crypto2Gems mit 2% Fee. Das wird alles geburnt. Dann haben wir OMI2 NFT, wo im Prinzip 5 bis 1% Fee komplett geburnt wird. Anschließend haben wir auf jeden Fall noch eine weitere Seite mit zum Beispiel OMI2 Accessories, Land- und Bronze-Tickets. Dort werden auch 100% der OMIs geburnt, beziehungsweise ins Reserve Wallet geparkt an dieser Stelle. Dann natürlich Staking Fees. Dort wird natürlich auch alles in die Reserve Wallet geparkt, beziehungsweise außen Circulation Supply gebracht. Ich bin sehr überzeugt, dass das auf jeden Fall einige Faktoren sind, die sehr, sehr positiv für den Markt sein werden. Denn umso weniger natürlich im Circulation Supply ist, umso interessanter wird der Token, weil es einfach deutlich, deutlich weniger irgendwann von ihm geben wird. Ich bin mal gespannt, wie es irgendwann aussehen wird, wenn das Ganze wirklich integriert ist und wie viel OMI wir dann Burn werden. Schreib mal sehr gerne unten in die Kommentare, was du denkst, was wir vielleicht täglich so an OMI Burn schaffen könnten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Zahl unten in den Kommentaren. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Info-Video für dich da draußen, mit den wichtigsten und schnellsten News, die du auf jeden Fall brauchst. Und wenn dir auf jeden Fall das ganze Video gefeiert hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.